Ein Produkt, das sich zurzeit gut verkauft und das auch schon lange gut geht, sind unsere Vampirzähne. Das reicht es gut. Das ist eine Übereinkunft, dass Sie eine Abrechnung vorzulegen haben. Jeden Monat. Das haben Sie aber nicht getan. Warum nicht? Wir beide hatten eine Pechsträhne in letzter Zeit. Was macht ihr denn beruflich? Wir sind in der Unterhaltungsbranche. Wir verkaufen Scherzartikel. Wir möchten den Menschen helfen, Spaß zu haben. Freut mich zu hören, dass es euch gut geht. Sag, es freut mich zu hören, dass es ihnen gut geht und grüße von mir. Es freut mich zu hören, dass es euch gut geht. Wir möchten, dass die Menschen ein bisschen Spaß haben. Es freut mich zu hören, dass es euch gut geht. Du gehst wie ein verdammter Zombie. Das ist gar nicht wahr. So bin ich gegangen. Ganz normal. Du solltest mal zum Arzt gehen. Das ist nicht normal. Ich mach mir ernste Sorgen um dich. Ich mir auch. Was nehmen wir nochmal hierfür? Ah! Ah!